Karl, da liegt ein toter Mensch in unserem Haus. Oh, hey, wie kommt der denn hier rein? Karl, was hast du getan? Ich, äh, ich weiß nicht. Erzähl mir, was passiert ist, Karl. Ich hab ihn noch nie in meinem Leben gesehen. Warum hast du diese Person umgebracht, Karl? Ich töte keine Leute. Das ist so etwas, wie ich nie im Leben tun. Sag mir, Karl, was du gemacht hast, kurz bevor ich nach Hause kam. Okay, gut, ich war oben und, äh... Okay. Ich saß, äh, ich saß in meinem Zimmer. Ja. Hab ein Buch gelesen. Weiter. Und, äh, dann kam auf einmal dieser Typ rein. Okay. Bin auf ihn zugegangen. Ja. Und ich, äh, hab ihn 37 Mal in die Brust gestochen. Karl, das tötet Leute. Oh, ich, oh, 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 das, das wusste ich nicht. Wie kannst du so etwas nicht wissen? Okay, mein Fehler, ich bin doof. Was ist mit seinen Händen passiert? Seine Hände? Warum, warum fehlen die? Nun, ich, äh, hab sie gekocht und gegessen. Karl. Nun, also, ich, äh, ich hatte einfach Heißhunger auf Hände und... Warum solltest du so etwas machen? Ich hatte Heißhunger auf Hände, also lass mich. Karl. Karl. Mein Magen hat ganz schön gegrummelt. Karl. Und nur Hände konnten ihn zufriedenstellen. Was ist nur in dich gefahren, Karl? Ja, ich töte Leute und esse Hände. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ja. Ja. Ja.